hallo herzlich willkommen zu dieser raudi musik haudi musik meine ich natürlich das ist die musik vom intro von american truck simulator wird es wahrscheinlich in zukunft auch mal wieder ein paar folgen kommen habe ich ja gerade ein bisschen auf eis gelegt dts kam ja mal ein bisschen bisschen wieder zumindest die weihnachtsfolge davor auch ein bisschen dashcam und hier ist jetzt wieder wüste und ein trauriges lied das lied nennt sich at west von kevin cloud ich kann nicht mehr so schnell laufen jetzt kann ich es aber wieder wir laufen zügig richtung ziel das zügig ziel zügiges ziel 12 7 schafft man auch das schaffen auch also bis folge 45 345 müssten wir angekommen sein jetzt laufen wir schon ein bisschen vom kurs ab das habe ich noch nicht erkundet wie es ausschaut brauchen wir jetzt wieder das boot fahren wir wieder ein stück mit dem boot das schluss geht jetzt hier ein bisschen bisschen eine andere richtung aber ich glaube hier ist das ein ocean ein ocean ein deep ocean schaut nicht so aus oder doch es war nur eine insel könnte gut möglich sein das ist ein ozean ist da war gleich die zwölf kilometer barke hola ist ein bisschen schwierig zu steuern wenn man hier den zoom faktor hier oben weiteres erhöht müsste eigentlich ein bisschen smoother sein die bewegung könnte man ja noch einstellen irgendwie wenn man eine idee für spätere versionen aber welcher entwickler schaut sich schon dieses video an eigentlich schade aber es kommen so viele vorschläge aus der community das lieben minecraft spiel ist auch hier kann man durchfahren da gibt es eine lücke eine sicherheitslücke schaut euch das an so nennt man auch eine fast fast halbinsel und dann wurde zu beschnitten und dann ist eine insel zack fertig aus ja jetzt haben wir es doch überwunden nicht mehr ganz zehn kilometer dann bin ich bei dir lieber sonnstein in orientaria sind wir definitiv schon drin diesen krater sieht aus wie so ein krater hier ist auch ein krater was ist hier passiert sind das inseln die die vulkane sind und die eingestürzt sind habe ich da irgendwas verpasst in der geschichte der entwickler hier da ist auch eine insel immer gehen wolke die aussieht wie hühner keule ihr bekommt mich nicht meine nicht freunde ich glaube wir sind es weit genug weg definitiv weit genug weg weil da möchte ich nicht rein da möchte ich nicht rein nenne habe ich keine lust aber da bin ich kurz auf f1 gekommen so wir sind jetzt auf dem meer schon ziemlich weit wie viel kilometer haben wir noch die 11.000 haben wir auch schon geschafft super hier unten ist ein dungeon oder was ist das schaut so ein bisschen komisch aus hier schaut einfach nur komisch aus wir gehen jetzt erstmal hier hin zack legen hier an nimm das boot mit zack und ich glaube das boot brauchen nicht in nächster zeit deswegen wechsel ich mal gleich so hier sind pferde hier ist wald mischwald ist das hier ein mischwald das sind große blumen und hier sind weitere pferde mohnblumen löwenzahn alles was man braucht hier ist eine öle aber die möchte ich jetzt nicht durchlaufen es sei denn die bringt mich am anderen ende hier wieder zum ziel die hätte mich wahrscheinlich hier wieder raus gebracht oder auch nicht zack das sind hühner federn habe ich jetzt eigentlich 53 alles klar zack so hier vorne ist ein kleiner see 10,5 kilometer also noch ein drittel dann bin ich bei dir da habe ich gedacht ich brauche kein boot mehr die kurze strecke kann ich auch laufen sie soll ich schwimmen so gehe ich mal in diese richtung immer gehen wegpunkt jetzt mal aufgefallen dass das wort wegpunkt gar nicht so vorrätig ist zumindest auf mein von meinem pc so bei mir zu unterstreichen das wort gibt es nicht diese zusammengesetzte substantiv aus weg und punkt gefährliche stelle ja 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 weg 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 hier so zack wenn du das ausprobieren alles geht es gut so 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 kann man den kanal gewechselt hier wie es gehört aber oft ich wollte nämlich noch auf jemanden bin ich mal auf den aufmachen auch in den aufnahmen bereich reingegangen mensch kann ich heute schwierig reden ja ich bleibe oben ich bleibe oben hier einmal drüber springen und hier und das sind wir auf dem berg drüben bzw langsam nach unten das hat schaden gemacht das war gar nicht mal drei blöcke hier ist eine höhle und hier ist fließwasser ein fließgewässer was uns schneller zum ziel bringt auf jeden fall aber wir tun glaube ich erstmal schlafen es wird nämlich gerade nacht kurz her wird ein foto machen zack schön bis zur nächsten folge sage ich doch mal tschau tschau bis zum zack 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 bis zum zack